Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Worms Revolution mit dem Niklas mit dem Big Mana und mit dem Timo. Hallöchen. Hi. Neue Runde, neues Glück. Alter. Habe ich jetzt auch erst gedacht, das wird aber gut. Ja. Ich hätte es gefeiert, wenn du die zwei Blauen mitgenommen hättest. Ohne Witz. Das, ja gut, das wär wirklich so. Das war doch nett, oder? Ja. Hast du gut gemacht. Kriegst einen Keks dafür. Weil er hätte drei Würmer von mir töten können. So. Weil du weißt, dass da ein Dings ist, ne? Ne, das weiß ich nicht. Ich glaube, er macht den Gelben weg. Ich glaube auch. Hi, Mana. Boah, wenn du nicht... Hey, doch nicht die Richtung! Oh, Boah, ja. Ja, ich wollte gerade schon... Ey, ey. Ich aber jetzt gerade... Knapp, aber ich habe es noch geschafft. Das war richtig knapp. Aber schönes Ding, Boah. Schönes Ding. Oh, ich bin wieder zum Schluss dran. Okay. Jetzt die Überlegung. Ja, die Überlegung ist einfach... Aber Schautgang bringt am meisten Schaden, oder? Oder du wirfst einfach da eine Granate rein und hast zwei auf einen Schlag. Oder du gehst rund um den Schadenkerk und killst den Grün. Ne, ne, ich würde die beiden da... Mit der Granate irgendwie schön. Der nicht da! Aber wir sind immer auf mich. Ob das was wird? Ja, das wird. NEIN! Ach. Na dann. Ja, ist klar, ey. Wer ist von der Granate? Naja, bei meinen Künsten... Dafür nur voll durchdrücken, da oben ist ja nix. Ja, vor allem guck mal eine Granate nach rechts in das Loch rein, wo das Wasser ist. Und das Wasser läuft schön, Timo. Wenn es funktioniert. Ich probier's mal. So feste. Ja. Oh, zu meiner. Genau. Ist auch nicht schlimm. Naja. Bisschen leichter? Ja. Warum bin ich jetzt der Wurm? OP Wurm. Ah, du kannst ja die Kiste einsammeln, theoretisch. Okay. Es tut erst mal seine Wirkung von der Seite weg, Penner. Ja. Ja. Was soll ich denn anders machen, wenn die so in den Wurm stehen? Überfall. Report-Shit, ey. So. Musst'n Niklas. Oh, nein! Musst'n Niklas überall. Da oben, der Grüne. Mach was Sinnvolles. Ja, ich such' ja Gelb. Wieso Gelb? Gelb ist da, auf der Liste. Das ist Schwachsinn. Echt? Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Boah, ist klar, ey. Okay. Auch wenn ich der größte Gegner bin, trotzdem hab ich nicht immer, äh... Funxen. Und die Web ist... Naja. Ich vertraue auf Manu, dass er die Runde gewinnt. Jetzt macht einfach mal ne Granate, Böi. Versuch du auch mal dein Glück. Voll ne Bazooka. Ich hab' schon wieder Pläne spielen, um mich wieder zu vernichten. Ich weiß mir nicht. Heiße. Oh, ich hab' voll die lustige Idee. Jo. Niklas, lass mal bitte den Wissenschaftler leben neben mir. Oh, nein, das ist gar kein... das ist der kleine Bau. Und schon wieder auf mich. Und weg bin ich. Ich lande bestimmt Homework-mäßig in dem Wasserbecken, ne? Oh. Ja! Oh mein Gott! Alter! Boah, ich guck mal, was er ist geplant! Was für'n Luck, ey! Ich denk mal, Timo wird diese Runde machen, weil seine drei Würmer da unten in dem Schach drin... Wie willst du die da raus? Da musst du schon blöd sein und da rein teleportieren. Und da kommen alle neuen Kisten hin, ist klar, ey. Wo ist denn dran? Icke. Aber ich weiß nicht welcher. Achso. Wer von denen? Achso, der! Ist das nicht dein Ernst? Ingo? Oh, das kann nicht wahr sein, ey! Das kann doch nicht wahr sein! Eine noch rein in deinem Satos! Hä? Haben wir jetzt die Werkarbeiten mit Granaten oder was? Was? Nein, wir wollen gerne den Eurotunnel endlich fertigstellen. Ich hab' mir vor allem aufgefallen, dass Kätzchen noch kein einziges Leben verloren hat. Ja! Weil sie aber auf mich drauf geht! Ne, ich nicht! Doch gut so! Ja, aber... Ich nicht! Du Penner! So, Mana. Ne, auf Mana zu gehen ist ja eigentlich dumm. Hm, warum das denn? Wer da kein Gegner ist, oder was? Ne, ne, ne! Mana hat ja bis jetzt noch nichts gemacht, aber Ingo... Ingo geht ja nur auf mich. Hohohoho! Alles klar! Äh, ja, 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 das trage ich jetzt mal in meinem schwarzen Buch ein. Äh, schieß mal mit der Bazooka unter dich. Oh, das ist... Ja, das ist auch ne gute Idee. Hm. Hm. Ja. Hm. Och, Mann. Kannst nicht nen anderen Wurm haben? Timo? Ja? Willst du noch irgendwas sagen? Ja, dass du ganz sicher nicht gewinnen wirst. Nein! Dafür sorge ich! Ich glaube, wir hätten Stupser gereicht, oder? Ne. Ne. Niklas ist im Wasser. Nice. Aber ist doch ganz schön. Mach ihn. Niklas bitte weg. Haben wir noch gar keine guten Sachen, ey. Mach Dynamin unter ihnen und renn einfach weg. Ne, ah ah. Da töd ich mich selber mit. Lass es doch einfach runterspringen. Unter den Fisch. Einfach. Was wir Arsch hier an der Woche. Och, das gibt's doch nicht, ey. Was ist das denn für'n Dreck? Mann! Merkt ihr eigentlich, dass Timo immer nur auf... ...undere Hetznis? Mach das! Mach das! Mach das! Natürlich! Guck mal, da unten stehen wieder seine 105er. Wieso haben die alle 105 Leben? Weil der einen Opier-Burm hat. Der Penner. So cheats also noch, ne? Warlack. Ja, er hat einen Warlack an. Er weiß genau, wo ich stehe. Es ist sowieso alles auf mich. Und auf mich. Ne, auf mich. Ich hab ja nichts mehr. Guck mal, da hat er sein ganzes... ...ne? Schön weggewichst. Jetzt muss er erst mal gucken... Ach, nee, 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 nee. Jetzt werde ich den sowas von ficken, ey. Das würde jetzt Rache nehmen. Grad noch so'n... Normaler macht ja nichts. Ich hab auch nichts gemacht bei Timo. Und jetzt will er mich. Es geht eh nicht, weil der Werk im Weg ist. Oh. Oh, oh. Boah, was für'n Luck, ey. Ja! Boah! Und noch ins Wasser. Und noch die nächste Mine. Boah, ey Niklas, wenn du jetzt gleich mit HCZ's Denise... ...da nicht irgendwas machst... Ich geh... So, jetzt wird's richtig aggressiv für ihn, ey. Der ist jetzt auf alle gegangen. Der ist auf mich gegangen. Der ist auf Böhr gegangen. Der ist auf Niklas gegangen. Also... Ist aber kein Grund, drei gegen eins zu machen. Wer sagt das? Wer sagt das? Ich hab dich draufgeben, mein Freund. Genau. Ich werd ja wieder dran glauben müssen jetzt. Hm. Okay, denk ich nicht. Aber Mana ist nicht okay. Sauber. Ist der weg. Ah, mein Wissenschaftler lebt doch alles okay. Das stimmt, sein Wissenschaftler, der gibt immer den anderen Würmer ein Leben wieder. Ja, für ein paar P. Also... Pelikin Esel wär ich jetzt für. Ja. Ich glaub, den hab ich eingestellt erst ab der fünften Runde, glaub ich. Pelikin Esel? Naja, der Esel braucht noch eine Runde. Ähm... Das ist natürlich ziemlich... doof. Dem Esel. In meiner Position. Geil. Ne, das geht nicht. Frag nicht nach. Ist egal. Ja, ich hab auch grad. Ach, wolltest du was schreiben in dem Berg? Okay, mal gucken. Das ist jetzt schon was I. Ja, mach was. Du kannst doch gern mal auf I gehen, ne? Hm. Hm, hm. Und auf mich gegangen wollte ich nur was anwerken. Nein. Doch, doch, doch. Doch, ernsthaft. Niemann. Da sind so viele Würmer. Was macht der? Der ist rot, ne? Da, 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 da. Ja, ich guck grad noch. Der Esel geht leider noch nicht. Der Gelb hat weniger Leben. Ja, 75. Mach doch den Scheiß, 75. Mach halt irgendwas. Das ist 97, aber okay. Hallo, wieso auf mich? Ne, was soll ich denn sonst machen? Auf wen denn sonst? Auf den, äh... Auf Timo kann ich nicht gehen. Ja, wie gesagt, der hat 99 Leben. Aber ich musste irgendeinen von euch beiden jetzt nehmen. Konntest du jetzt nicht... Na gut. Okay. Das stimmt. Okay. Mega. Ich warte auf den Esel, ey. Boah, Alter, da... Ihr wollt nicht ernsthaft zu dritt da einen Esel runterschicken. Alter, aber alle drei. Was? Das wär so geil, ey. Auch wenn ich meinen Blatter dadurch verliere. Boah, da wird so ein Esel durchgejagt. Ja, alles gut. Ja, der macht dich gleich weg, meiner. Pass auf. Ne, ich mach meiner nicht weg. Das macht der. Ich muss ja... Nein. Wie macht der das? Ja, du könntest aber bei Wurmwechsel gleich machen. Nein, kannst du nicht. Du bist jetzt friedlich und machst Betonesel auf die anderen zwei da. Das ist mein friedliche Leben hier. So, wenn jetzt gleich der Esel kommt, ey. Boah, da wird gleich erstmal schön... Mach Wurmwechsel, Pörje. Mach Wurmwechsel! Nein, machst du nicht? Pörje! Du, es ist ein 70er weg, das ist dir schon klar, ne? Ich mach den Wurmwechsel. Ich mach den Wurmwechsel. Der Taste. Auswählen. Der Taste und dann Tab. Tab. Jetzt Tab. Mach der nicht. Tab! So. Du musst Leertaste, Tab, 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 Tab und dann Leertaste. Oder so. Jetzt mach ich dich natürlich weg, weil... Mach der nicht weg. Mach der nicht weg. Erstmal Niklas dran, mal gucken was er jetzt macht. Auf mich gehen. Ach, geh doch weg Niklas. Du kannst ja durch, du kannst ja durch! Nein, kann er nicht. Doch! Es geht nicht, es geht nicht. Natürlich, ich bin auch durchgeflogen letztens. Da kannst du... Ja, okay, mach so. Bei Chippacks. Oh, er macht sofort Börje und Timo weg. Kann natürlich auch sein. Mit Wasser. Das sieht aus, Alter. Hätte aber klappen können mit Börje, ey. Ja, das fand ich schon ein Ziel, aber irgendwie... Naja, okay. Oder Niklas. Das war auch verschissen, ey. Okay. Der hat dann kuriert wie der Niklas, der darf nicht nochmal gewinnen. Das ist nicht dein Ernst. Was hat denn denn gegen mich, ey? Erster weg. Weiter weg. Komm nach links! Der OP ist so verdammt OP, Alter. Das ist viel zu... Ja, der hat alle ausgedrückt von dem Glauben. Lauf weg. Ingo, Ingo, kannst du das nicht ausstellen? Das ist ein bisschen zu OP. Der ist verdammt OP, Ingo. Ich weiß nicht, wie man das umstellen kann mit dem Esel. Ich kann nur einstellen, dass der Esel da ist. Aber, dass man den jetzt vielleicht runterstellt. Ja, du kannst den auch so machen. Tschüss, Timo. Mach einen einfach von der 12 oder so. Ja, äh, ne? Und so. Ja, na. Schau jetzt aus, ne? Jetzt macht Börje auch nochmal einen Esel. Börje, mach doch! Hör mal, du kannst komplett! Den 50er und alles weghauen, ey. Geil, ey. Auch weg. Boah, scheiß die Wand an, ey. Ey, das ist so geil, ey. Ich muss mal gucken, wie man das umstellen kann. Ich weiß nicht. Geil, ey. Der ist richtig heftig, ey. Jetzt könnte eigentlich Niklas das so beenden. Boah, ey. Scheiß die Wand an, ey. Jetzt gewinnt Niklas schon wieder, ey. Weil wir alle stehen. Aber wir beide, ne? Wir haben uns jetzt beide noch nicht angegriffen, richtig. Verbünden uns jetzt gegen den 67er, ne? Und dann haben wir jetzt Finalkampf. Warum? Ich bin dafür dafür, dass er auf Niklas geht und Mana gewinnt. Ich bin dafür, dass Ingo auf Mana auf das Fass schießt, dann Ingo gegen mich. Ich bin dafür, dass jetzt Ingo einfach mal Shift drückt. Wie sich die Brüder verbinden. Das ist normal. Die Brüder. Gleiches Blut, ne? Oh, nochmal Glück gehabt, guck mal. Wollen wir nächste Runde vielleicht mal mit Team machen? 2 gegen 2? Nö. Nö. Scheiß, ne? Verkacken 30! So, jetzt muss ich mal überlegen, was kann ich gegen ihn machen jetzt, ey. Ingo. Ich hab noch ne Bunkerbombe, ich hab noch ne Lenkgranate. Lenkgranate. Der Niklas gewinnt die Runde. Natürlich gewinnt er das. Ich weiß auch schon, wie er es gewinnen würde. Niklas, du hast den Beton-Esel. Bitte. Ja, genau, das meine ich. Scheiße. Eben nicht. Den hast du nicht mehr? Doch. Aber er setzt nicht ein. Weil ich kann auch ohne Beton-Esel gewinnen. Ja, das stimmt. Ja? Ich hätte auch wohl, wenn ich um Esel gewinnen könnte. Das überlebt doch. Ne. Da, welch muss das immer. Was? Das Feuer. Das überlebt aber Mana. Ah, ne. Ne, Mana nicht. Alter. Ja hallo, ich hab auch nicht mehr so viele Sachen. Das war eigentlich totales Glück, dass du da runterrollst. Damit er dich niemals gerechnet. Boah. Ja, ja, ja. Was? Kampf der Titan. Ah, okay. Die Mana-Taktik, also. Ja. 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 Und jetzt so. Ja, ne. Was hast du denn bekommen? Äh. Hier Dingsbums. Äh. Ein Seil. Und noch was anderes. Ah. Ist so klar. Das ist so klar. Alles gut? Ich glaub, ein bisschen hast du, oder? Ne. Gar nichts. Nein, gar nichts. Nee, gar nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? Mach mal. Gucken wir mal, ne? Hm? Das war gut. Das war echt gut, ja. Niklas, das fand ich wirklich gut. Ja, Niklas. Super, super. Niklas, bitte verlier das jetzt nicht nochmal. Mach Beton-Ese und beende dieses Spiel einfach. Ich weiß nicht, was der Ingo noch hat. Das ist mein großes Problem gerade. Kannst ihn niemals töten, auch wenn er jetzt zu dir kommen würde. Doch. Ich weiß, ob der Ingo noch Jetpack, Luftangriff oder sowas in der Richtung hat. Oder du machst sowas, wie weißt du? Luftangriff hab ich doch schon gemacht. Hab ich nicht mehr. Ja. Ja. Der hat ja alles auf mich gemacht. Seil, mach Seil. Du schaffst nicht da hoch. Geht nicht. Doch. Alter. Ich... Ähm... So, jetzt komm Niklas! Ingo, magst du Wasser? Ähm... Sicher. Gut. Gut. Dann... Denkelstiel. Kann man sich aus Wasser rausbrennen? Weiß ich nicht. Was sonst hat... Oh, er läuft einfach raus. Okay. Habt ihr unendlich von denen? Nein. Das ist keine gute Idee. Die wird da oben liegen bleiben und du wirst sterben. Oh, oh. Die wird durchgehen. Jetzt kommt der Esel. Dauber. 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 Ah, das ist so spannend grad. Niklas, wir können doch theoretisch ne Brücke bauen. Von deinem Loch zu meinem Loch. Jetzt kommt der Firm. Hast du recht. Könnten wir. Aber? Tschüss. Teleportation! Hey, Ingo. Also Ingo, du kannst froh sein. Da hast du... Niklas hätte eigentlich lange gewonnen sollen. Er spielt ja eigentlich fair. Das stimmt. Ich spiele auch fair. Naja. Was macht er jetzt, ne? Das ist jetzt die Frage... Was kommt jetzt? Das ist jetzt die große Frage einfach. Ich denk mal Wasserangriff, weil... Ja, er ist down. Sauber. Oh, schön. Dankeschön! Ich darf mich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen bei Worms Revolution mit dem Big Mana, mit dem Niklas und mit dem Timo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!